Hi, wir sind John und Julia. Herzlich Willkommen zu CTA Digital. Heute präsentieren wir euch das aufblasbare Kart für alle Wii Racing Games. Das aufblasbare Kart ist das perfekte Wii Zubehör und bringt dich noch näher an das Geschehen in deinem Spiel. Das Kart ist unglaublich einfach aufzubauen. Das Ventil öffnen und mit einer normalen Luftpumpe aufblasen. Sobald dein Kart aufgeblasen ist, kannst du die Wii Mode in die Mitte des Lenkrats schieben und fertig. Wie man sieht, passt die Wii Mode sowohl mit Motion Plus als auch ohne. Dann geht's los. Leg dein Lieblings Wii Game in die Konsole und mach dich bereit für ein intensives Racing Erlebnis. Das aufblasbare Kart ist perfekt für Kinder aller Größen, nämlich ich bin ein riesiges Kind. Und um euch zu demonstrieren, wie viel Spaß es macht, haben wir zwei Freunde mitgebracht. Also, lasst uns mal sehen, was das Ding drauf hat. Wie ihr sehen könnt, ist es kinderleicht, in das Kart zu steigen und bietet Spaß für Kinder und die ganze Familie. Sogar meine Oma hätte Spaß damit. Was denkt ihr, Kinder? Total cool. Das ist wie echtes Autofahren. Woher weißt du, wie echtes Autofahren ist? Das hier ist überhaupt nicht wie echtes Autofahren. Zumindest hatte ich noch nie eine Schildkröte an meiner Stoßstange. Komm auf die Webseite von CTA Digital für das neueste Zubehör und hol alles aus deinen Wii Games. Also dann, bis bald. Bye. Okay, who's next? I'm going to go. I'm totally going to go. CTA Digital sollte einen riesigen Ventilator bauen, der dir während des Fahrens direkt ins Gesicht bläst. Das wäre genial. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist zu schön, um es zuyellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.